Tag Frau Hansen, ich bringe Ihr Waschbecken. Ach wie schön Herr Röhrig, kommen Sie gleich mit ins Bad. Dass ich der Röhrig bin, das weiß ich nicht. So Herr Röhrig, nun trinken wir zwei erstmal Liköchen, bevor es los geht. Nee, nee, ich soll nicht. Ach Herr Röhrig, ein können Sie doch. Ja, aber... Na denn, Prösterchen Herr Röhrig. Prost. Und noch einen kleinen? Na gut, Prost. Einen können wir doch noch. Na ja, na gut. Prost. Na ist gut. Einen noch, dann ist aber Schluss. Ja, wenn noch einer muss, aber dann ist Schluss. Prost. Scheiße, kein Zweck. Na fest, kommt ab. Die, die Verschraubung ist vergrießt, Gnadl, du. Da müssen wir Wasser ablassen. Neues Ventil setzen, Werner. Tja, wenn du meinst, Ecker. Einmal. Prost. Waren Sie beim Friseur, Frau Hansen? Sie sehen so gut aus. Oh, sieh aus, wie schlimmer sie. Na nun, wie seh ich denn aus? Ich blamier mich auch. Mann, ist mir etuselig.